Moin! Liebe Grüße vom Weihnachtsmarkt und schöne Weihnachten bei euch in Eichhörn. Hi, Moin! Herzlich Willkommen in Hamburg! Vor Weihnachten wünsche ich euch alle! Herzlich Willkommen in Hamburg! Herzlich Willkommen in Hamburg! Was sind deine Erwartungen an das neue Jahr? Was sind deine Erwartungen an das neue Jahr? Sie haben deine Erwartungen an das neue Jahr? Es wird aus dem Jahr! Doch! Nein! Sie haben die Erwartungen zu gehen! Sie sind kürzlich Willkommen in Hamburg! Sie sind die Dich jetzt in der Türkei! Die Kinder wiederkommen in Hamburg! Ich jeden Tag im Auftrag von oben! Ich noch ein TripAbformat. Wetter weiter. Sie wollten ein neues Job! Vielleicht möchtest du einen neuen Job. Vielleicht hast du vor, deinen Schulabschluss zu machen. Vielleicht hast du vor, deinen Schulabschluss zu machen. Vielleicht möchtest du woanders hinziehen. Vielleicht möchtest du woanders hinziehen. Vielleicht möchtest du woanders hinziehen. Vielleicht möchtest du neue Freunde in deinem Leben kennenlernen. Hallo. Moin. Hallo. 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 froh. Ich hoffe, dass all deine Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Ich hoffe, dass all deine Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Möge das neue Jahr uns allen Glück bringen. Bei guter Gesundheit und glücklich sein. Musik Wir senden euch allen viel Liebe. Wir senden euch allen viel Liebe. Musik Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Vielen Dank.